Das Hotel Dogan Paradiese Beach liegt in Österreich in türkischer Ägäis. Die meisten Gäste des Hotel Dogan Paradiese Beach würden das Hotel weiterempfehlen, die Weiterempfehlungsrate liegt bei 74%. 168 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,2 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Service. 4,9 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 4,2 von 6 Sonnen. Gastronomie. Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,1 von 6 Sonnen als gut bewertet. Hotel allgemein. Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 4 von 6 Sonnen. Zimmer. Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 3,9 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 3,8 von 6 Sonnen wert. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.